Die neue Generation der Reinigung mit Dampf, Aqualaser Premium 3 mit 1500 Watt, der absolut stärkste 3 in 1 Bodendampfreiniger. Er vernichtet nachhaltig Schmutz, Milben, Allergene und Bakterien. Ja, selbst alte Druckstellen in Teppichböden richten sich wieder ohne Übergang auf. Das gilt natürlich auch für Laufspuren, die man sonst nicht behandeln kann. Gleichzeitig werden auch Schmutz und hartnäckige Flecken schonend ohne Seifen und Reinigungsmittel mit neutralem Dampf von klarem Wasser gründlich entfernt. Gleichzeitig wird auch desinfiziert. Und jetzt genau hinsehen. Verklebte und angetrocknete Lebensmittelrückstände, wie hier zu sehen, werden mit dem Aqualaser Premium der dritten Generation nur mit Heißdampf ohne Chemikalien steril und sauber gedampft in einem Arbeitsgang. An alle Allergiker desinfizieren sie vor allem ihre Matratzen regelmäßig. Sie zerstören und vernichten sämtliche Milben und Bakterien auch in ihren Betten. Außerdem haben sie keine Feuchtigkeitsschäden, vor allem bei Laminat, Holzfußböden, Teppich und Fliesen, weil durch den Heißdampf der Boden sofort abtrocknet. Der Schmutz bleibt in dem Mikrofaseraufsatz, den stecken sie einfach in ihre Waschmaschine und fertig. Zur Einführung bekommen sie heute einmal den neuen Aqualaser Premium der dritten Generation, wahlweise in blau oder rot. Dazu zwei Mikrofaseraufsätze sowie den Teppichkleider zur leichten Teppich- und Matratzenreinigung. Und kostenlos und gratis zwei Korallenaufsätze speziell für Holz, BVC sowie Laminat. Und als Weltneuheit die neue Antikalkflasche, die in nur 15 Minuten das Wasser kalkfrei macht. Sofort anrufen, sofort zugreifen.